Ich darf Sie heute hier im Glemmtaler Hof ganz herzlich willkommen heißen. Unser Hotel ist ein Zwei-Saisonen-Betrieb. Im Winter und im Sommer haben wir geöffnet. Das Haus verfügt über gut 50 Zimmer. Ganz viele davon sind so eingerichtet, dass auch Familien Platz haben. Wir haben einige Suiten, mehrere Familien, Apartments und Wohneinheiten. Der Glemmtaler Hof in seiner Weitläufigkeit kann auch ganz gut Seminare und Incentives beherbergen. Es arbeiten bei uns in der Hochsaison an die 50 Personen für ihr persönliches, leibliches und auch ein bisschen seelisches Wohl. Es geht darum, dass man sich im Hause wohlfühlt und deswegen wohnen wir und leben auch hier mit unseren Gästen und für unsere Gäste. Ich bin versessen darauf eigentlich, dass ich die Philosophie, am Gast zu sein, auch meinen Mitarbeitern weitergebe. Und wenn sie durch unser Haus gehen und wenn sie unsere Mitarbeiter treffen, so werden sie Menschen finden, die seit ihrer Lehre bei uns bis dann zur Pension uns begleiten. Und so hoffe ich, dass ich ihnen mit meinem kurzen Statement Lust auf das Berg-Sport-Wander-Wohlfühl-Herzhotel Glemmtalerhof gemacht habe. Wir freuen uns auf sie. Kommen sie zu uns, testen sie uns und fühlen sie sich bei uns wie zu Hause. Willkommen daheim!